Wie rechtfertigen wir also unser Tun? Männer züchten, die keine Wahl haben und keine Freiheit, die kämpfen und für uns sterben? Bis zu welchem Punkt heiligt der Zweck die Mittel? Wohin driftet unsere Gesellschaft? Wo sind unsere Ideale und was sind wir ohne sie? Wenn wir dem Eigennutz derart nachgeben, wo ziehen wir dann die Linie zwischen uns selbst und denen, die wir für unannehmbar böse erklären? Ich habe keine Antworten auf diese Fragen, Meister. Habt ihr? Jedi Paderwan Bader Music vor dem Jedi-Rat Eten fuhr unfreiwillig zusammen, so als wäre sie in einem Traum gestürzt. Sie öffnete die Augen und starrte geradeaus. Er ist tot, sagte sie. Wer? Damen hatte sie während ihrer Meditation beobachtet, besorgt darüber, was in dem anstehenden Gefecht aus ihr werden würde. Er war um sie und wegen ihr besorgt. Sie könnte ein Hindernis darstellen oder einen unschätzbaren Zugewinn. Was stimmt nicht, Eten? Neiner sah ihn mit einem Blick an, der sagte, dass Damen zu vertraulich mit einem Offizier umging, ganz egal, was sie befohlen hatte. Dann wandte er sich wieder seinem Datenblock zu. Guter Nei. Sie rieb sich die Stirn und wirkte niedergeschlagen. Ich habe es in der Macht gespürt. Fies sah aus, als würde er etwas sagen wollen, aber Eten hielt ihn mit einem missbilligenden Stirnrunzeln davon ab. Damen schenkte beiden einen klapperhalten Blick. Es gab eine Art, den Leuten unliebsame Dinge zu sagen, und Damen dachte, es wäre besser, wenn es von ihm käme, als von seinen Kameraden. Hukan hätte ihn früher oder später sowieso gefunden, sagte er. Wenn der Vikri es geschafft hat, ihn über unser wahres Ziel in die Irre zu führen, hat er wenigstens einen Teil seiner Schuld getilgt. Da, sagte sie. Sein Schwadronspitzname war ihr erschreckend vertraut. Ich wäre nicht weniger für seinen Tod verantwortlich, wenn ich ihn mit meinen eigenen Händen getötet hätte. Sie haben uns selbst gesagt, er wäre ein Vergewaltiger, sagte er und hörte sich verärgert an. Die Welt wird ihn nicht vermissen. Halt die Klappe, Fie. Damen versuchte es erneut. Am Ende werden dadurch Leben gerettet. Ja, unsere, mischte Fie sich ein. Damen fuhr wütend herum. Habe ich nicht gesagt, du sollst die Klappe halten? Niner trat dazwischen. Ihr könnt beide die Klappe halten, sagte er. Wir sind alle müde und gereizt, hebt euch das für den Feind auf. Damen kämpfte mit dem unerwarteten, plötzlichen Drang, Fie zu sagen, er solle ihr Ten in Ruhe lassen. Und zwar deutlich. Fie wusste nichts über sie. Gar nichts. Für einen Sekundenbruchteil überkam ihn ein Gefühl der Fürsorglichkeit und es brachte ihn sofort in Verlegenheit. Er drehte sich wieder zu ihr um. Er hat recht. Ein Leben für das von vielen. Der Zweck heiligt die Mittel. Richtig? Eten stand in einer fließenden Bewegung aus dem Schneidersitz auf. Und was ist mit euch? Was geschieht, wenn ich sie oder für ihn eine Situation schicke, in der ihr umkommt? Sie war wirklich aufgeregt. Er konnte es in ihrem Gesicht sehen und an der Art, wie sie ihre dünne, knochige und zerkratzte Hand zu einer Faust ballte. Er stand ebenfalls auf und lief ihr hinterher, als sie zum Rand des Unterholzes ging. Wir alle sind dafür geschaffen worden, sagte Damen. Es stimmte. Oder etwa nicht? Er würde nicht einmal existieren, wenn es nicht jemanden gäbe, der Soldaten brauchte. Absolut verlässliche Soldaten. Aber so fühlte es sich in diesem Moment nicht an. Ihre Reaktion zeigte ihm, dass er Unrecht hatte. Und auf einmal sah Akals Gerata vor sich, mit Tränen in den Augen und einem Drink in der Hand. Ihr armen Jungs, was ist das bloß für ein Leben? Eten, wir alle tun, was wir tun müssen. Eines Tages werden Sie einen Befehl erteilen müssen, der einen Teil von uns das Leben kosten wird. Uns. Soldaten. Kämpfer. Was auch immer. Vielleicht. Aber der Tag, an dem ich das hinnehmen kann, ohne mich selbst zu erniedrigen, wird der Tag sein, an dem ich nicht mehr zum Jedi geeignet bin. Okay, sagte er. Das verstehe ich. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie töten? Ich hatte nie Zeit, darüber nachzudenken. Auf Geonosis haben sie meine Brüder getötet und versuchten, mich zu töten. Sie waren nicht wie wir. Und was, wenn es jemand wäre, den Sie kennen? Aber Sie haben Gutanai nicht gekannt. Und er war auch nicht wie Sie. Oder gar wie ich. Damen wusste nicht, worauf sie hinaus wollte. Das Töten war ihr neu. Es war unübersehbar, dass sie Probleme hatte, damit fertig zu werden. Eten, dieser Schwadron muss hellwach und einsatzbereit sein. Denken Sie darüber nach. Er drehte sich um und ging zu Niner und den anderen zurück. Es wäre zu offensichtlich gewesen, die Helme aufzusetzen und im Privaten über die Unzuverlässigkeit ihres Kommanders zu diskutieren. Sie gab sowieso keine Befehle. Aber ein einziger Blick konnte viel vermitteln. Damen hoffte, Fi würde verstehen, dass sein starrer Blick bedeutete, lass sie in Ruhe. Anscheinend verstand er. Fi hob beschwichtigend seine Handflächen hoch. Damit war das Thema erledigt. Niner hatte recht. Die letzten Tage hatten ihnen allen zugesetzt und ihre Nerven lagen blank. Sie beschäftigten sich damit, ihre Waffen ein ums andere Mal zu überprüfen. Wir haben noch nie zusammen als Schwadronen gekämpft. Wahrscheinlich dachten sie alle das gleiche. Damen nahm die hydraulische Ramme auseinander und setzte sie wieder zusammen. Dann überprüfte er die Handpumpe auf Druck. Eine Reihe Haltekrallen gehörte dazu und aufgrund der Originalpläne und Pausen wusste er wenigstens welche davon er zurücklassen konnte. Sie konnte 8 Tonnen Kraft aufbringen. Wenn die Sprengladung ihnen also nicht die Tür öffnen könnte, würde es die Ramme tun. Die Handramme war leichter, brachte dafür aber nur die Hälfte der Kraft auf. Gerne hätte er auch Schneidwerkzeug zur Verfügung gehabt. Aber auf Geonosis hatte er schon stehlende Panzertüren mit Thermaltape geöffnet. Und die Bandversion davon war sogar noch stärker. Explosionen erzeugten Geschwindigkeiten von 8000 Metern in der Sekunde. Genug um durch Stahl zu schneiden. Viel schneller konnte ein rascher Zutritt nicht ablaufen. Das hier war kein stiller Job. Es war ein Kraftakt gegen einen Gegner, der wusste, dass sie kamen. Wow, Empfang, sagte Niner. Eilig stülpte er seinen Helm über den Kopf. Damen konnte von dort, wo er saß, das Beep des Alarms hören. Genard hat die Suche in Position gebracht. Er schaute auf etwas, das nur er sah. Und den schnellen Bewegungen seines Kopfes nach zu urteilen, war es höchst interessant. Damen und die anderen warfen sich in Montur. Was treiben Sie? Ein Zug Büchsen marschierte einen Weg von der Villa zur Anlage hinunter. Ihr Schritt hatte etwas Dringendes an sich. Sieht aus, als würden Sie zurück zum Labor gehen. Der Sucher spähte hinab auf eine Ansammlung kleiner Bauten, die sich um das ehemalige Bauernhaus scharrten. Es bot sich das gesamte Bild von allen Zufahrten zu dem Gebäude, aber man konnte sowohl den Weg zum Eingang als auch das Land dahinter sehen. Die Rückseite des Daches und das Land unmittelbar dahinter waren nicht zu sehen. Ein Mann mit einer Rüstung, die den Ira sehr ähnlich war, stand dort unten und hielt einen vertrauten Helm unter dem Arm. Er war mittleren Alters und seine harten Züge und die selbstsichere Haltung wiesen ihn klar als Mandalorianer aus. Es musste Gess Hukan sein. Damen hörte über sein Helm Kommlink, wie alle den Atem anhielten. Hukan sprach mit einem trandoschanischen Söldner und machte mit dem Finger kurze, stechende Bewegungen in eine unbestimmte Richtung. Er war aufgeregt, aber beherrscht. Er befehligte Truppen. Ja, da, ich glaube, das ist exakt das, was sie tun. Sieht aus, als ob er in letzter Minute ein paar Änderungen durchführen würde. Warum sollten sie das tun? fragte Damen. Aber er hatte bereits das ungute Gefühl, es zu wissen. Weil wir wahrscheinlich ein bisschen zu clever waren, sagte Niner. Viel feck. Guter Nye hat seine Arbeit auf jeden Fall gut gemacht. Zu gut. Was würdest du tun, wenn du denken würdest, du hättest es tatsächlich mit zwei Schwadronen zu tun? Annehmen, dass zwei getrennte Angriffe möglich wären. Atten machte ein Geräusch, das sich nach kontrolliertem Ausatmen anhörte. Na gut, früher oder später hätten wir sowieso die ganze Büchsenfamilie kennengelernt. Plan C irgendjemand? Sie standen unbeholfen herum und warteten. In einer halben Stunde würden sie wissen, ob Jonath es geschafft hatte, die andere Sucherkamera nahe der Villa zu platzieren. Damen fühlte einen kräftigen Klaps auf seinem Rückenpanzer und fuhr herum. Etten stand hinter ihm, hatte die Hände auf die Hüften gelegt und sah ihn wissbegierig an. Warum sind alle so aufgeregt? fragte sie. Kommt schon, ich kann es fühlen. Was ist schief gegangen? Damen nahm seinen Helm ab. Guter Nye hat ganze Arbeit dabei geleistet, Hokan zu überzeugen, dass wir die Villa angreifen. Aber wir haben unser Blatt mit dem Hinweis überreizt, dass wir noch eine andere Schwadron hätten. Warum? Es sieht so aus, als würde Hokan glauben, dass sich je eine Schwadron ein Ziel vornimmt. Unsere Chancen, einen Großteil der Druiden an einem Ort zu erwischen, sind damit in den Keller gerauscht. Etten fuhr sich mit den Fingern durch die Haare und schloss die Augen. Also alles nochmal überdenken. Damen setzte seinen Helm wieder auf, um die Übertragung des Suchers anzusehen. Dann wurde die zweite Kamera zugeschaltet. Ein wackeliges, aber klares Bild von der naimondianischen Villa und ihren Nebengebäuden erschienen. Aufgenommen von den sich wogenden Ästen eines Baumes aus. Ein breiter Weg führte von der Vorderseite des Hauses aus dem Bild. Wenigstens konnten sie jetzt das Ausmaß des Problems erkennen, mit dem sie sich auseinandersetzen mussten. Wenn Hokan versuchen sollte, Utan zu verlegen, hatten sie gute Chancen, sie dabei zu sehen. Aber auf welche Übertragung Damen auch scheitete, immer waren jede Menge Druiden im Bild. Okay, sagte Naina. Fi, du übernimmst die erste Wache mit den Suchern. Ich werde schauen, ob ich Unterstützung anfordern kann. Die Majestic sollte inzwischen auf Position sein. Wir haben Befehl, bis zum Abzug Kommstille zu halten, sagte Damen und sah zu Utan. Commander? fragte Naina. Wir haben die Kommstation ausgelöscht. Sie werden unser Signal nicht abfangen können. Utan zögerte keine Sekunde. Sergeant, Sie rufen sofort die Majestic, sagte sie. Erbitten Sie jede Hilfe, die Sie für nötig halten. Fi hielt eine Hand hoch. Hey, hier tut sich vielleicht was. Schaut euch mal den Sucher bei der Villa an. Damen wechselte mit einem zweifachen Zwinker an den Kanal. Die Anzeige seines Hatz präsentierte ihm die Aufnahme eines jungen Burschen in einem schmuddeligen Kittel, der mit einem Obstkorb in den Armen zu einer Seitentür der Villa ging. Er klopfte und die Tür wurde von einem Druiden geöffnet. Der Junge ging hinein. Er hatte etwas Vertrautes an sich, obwohl Damen ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Er hatte einen sehr bezeichnenden Gang. Die Büchsen werden doch kein Obst bestellt haben, oder? fragte Fi. Der Schritt des Knaben erinnerte Damen an eine alte Frau, die er erst kürzlich gegen eine Scheunenwand gedrückt hatte. Eines muss man schon nachlassen, sagte er. Sie hat wirklich Mut. Hoffen wir, dass sie es schafft, das Obst in den Keller zu bringen. Hoffen wir, dass sie wieder herauskommt, sagte ihr Ten. Dr. U-Tan schien vergessen zu haben, dass Ho-Khan sie an ihrem Kragen über einen Schreibtisch gezogen hatte. Zumindest im Augenblick. Sie saß in einem der beiden Bürokartsessel, die eigentlich überhaupt nicht zu ihrem zweckmäßigen Büro passten und schien ihm geduldig zuzuhören. Das wäre eine beispiellose Gelegenheit, sagte sie schließlich. Ho-Khan konnte ihr nur zustimmen. Ich verstehe, dass sie es noch nicht geschafft haben, eine Applikationsmöglichkeit für das Nanovirus zu entwickeln. Aber ich denke, da lässt sich etwas machen. Inhalation würde funktionieren, nicht? Könnten wir es in einen versiegelten Raum leiten? Er versuchte Ideen über Hinterhalte und das Stellen von Fallen zu verwirklichen. Lässt sich das bewerkstelligen? Es wäre eine von vielen Möglichkeiten, sagte sie. Auch Hautkontakt. Aber das war nicht ganz das, was mir vorschwebte. Und was wäre das? Ein lebendes Subjekt. Ich möchte, dass sie mir einen der Klone lebend bringt. Das war nicht ganz, was mir vorschwebte. Ich habe manchmal Probleme mit dieser Lebenssache. Ist nicht meine Stärke. Ihr könnt dieses Mittel nicht einfach in der Gegend versprühen, Major. Ich sagte euch bereits, dass wir die genetische Spezifizierung noch nicht in trockenen Tüchern haben. Ich habe Druidentruppen. Rost mag für sie ein Gesundheitsrisiko darstellen, aber Viren wohl kaum. Ein lebendes Versuchskaninchen würde es uns mit ziemlicher Sicherheit ermöglichen, die Waffenfähigkeit schneller zu erreichen. Wenn ihr mir Zugang zu dem Nanovirus erlaubt, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um einen vor euch aufzuheben. Utan schüttelte den Kopf. Ihr leuchtendes, rot und schwarz gestrehntes Haar war zu einem festen Dutt auf ihrem Kopf zusammengeknotet, aus dem nicht eine Locke fiel. Das kann ich nicht tun. Ihr mögt ein Experte im Kampf sein, aber ihr seid weder ein Mikrobiologe, noch seid ihr mit dem Umgang gefährlicher Substanzen vertraut. Dieser Erreger ist viel zu gefährlich, als dass ihr ihn in dieser Entwicklungsstufe verwenden könntet. Außerdem bin ich nicht darauf vorbereitet, die wenigen Proben, die wir haben, in einem Gegenangriff zu verschwenden. Rokan wusste, dass er es sich mit Gewalt nehmen konnte. Aber das wäre sinnlos gewesen. Sie hatte recht. Solange der Virus noch nicht waffenfähig war, wäre es eine zu riskante Angelegenheit im Vergleich zu den bewährten Waffen, die zu seiner Verfügung standen. Zu schade, bedauerte er. Ich werde mich bemühen, mehr über diese Technologie zu lernen, wenn wir unsere derzeitigen Probleme aus der Welt geschafft haben. Was geschieht also jetzt? Ausharren. Bleibt bis auf weiteres mit eurem Stab in diesen Räumlichkeiten. Was sollen wir tun, wenn geschossen wird? Dasselbe. Was wenn sie eure Verteidigungslinien durchbrechen? Das werden sie nicht, aber wenn ihr euch dadurch besser fühlt, lasse ich euch zu eurem persönlichen Schutz Handfeuerwaffen kommen. Utan schenkte ihm ein königliches Kopfnicken und wandte sich wieder ihren Notizen zu. Sie begann darin zu lesen und hielt nur gelegentlich inne, um etwas an den Rand der Blätter zu schreiben. Trotz der vorangegangenen, kurzen Kraftprobe schienen sie nicht die geringste Furcht vor ihm zu haben. Vielleicht verlieh einem die tägliche Arbeit mit tödlichen Organismen eine andere Sichtweise für Bedrohungen. Etwas höchst wirkungsvolles, wenn ich bitten darf, sagte sie unvermittelt, als er sich zum Gehen wandte. Kommandierender Offizier Majestic, sagte die Stimme. Das ging ja schnell. Niner erhielt kein Videosignal über sein Hut, aber der Ton war kristallklar. Abzug zur Zeit Negativ Majestic. Erbitten Artillerieunterstützung. Wiederholen Sie bitte. Wir werden Artillerieunterstützung benötigen. Es könnte hier unten etwas kritisch werden. 100 Ruinen. Für ein oder zwei Sekunden herrschte Stille. Omega Squad, bedenken Sie, dass es hier oben auch etwas geschäftig werden könnte. Backbord vor uns liegt ein Schiff der Techno-Union. Heißt das Negativ Majestic? Nein. Aber falls wir das Feuer einstellen sollten, dann liegt es daran, dass wir selbst einen Angriff abwehren müssen. Verstanden. Koordinaten werden übertragen. Auf Empfang von Code Garten richten Sie Ihre Kanonen auf diesen Punkt. Auf Empfang von Code Retorte auf diesen Punkt. Der Feind verfügt über keinerlei Com, außer Droiden-Netzwerken. Wiederhole, feindliches Com ausgeschaltet. Haltet euch ran. Empfangen. Mann, ihr Jungs wart aber fleißig. Bleiben auf Empfang, Omega. Niner schloss die Augen und spürte wie eine Erleichterung überkam. Er war sich nicht ganz sicher, wie sie die gewaltige Feuerkraft der Majestic einsetzen sollten. Aber wenigstens konnten sie überhaupt darauf zurückgreifen. Denken Sie sich das einfach so aus, Sarge? Fragte Fi. Hast du eine bessere Idee? Ich meinte die Code-Wörter. Ja. Klasse. Und ich dachte, du hättest eine bessere Idee. Fi trommelte mit den Fingern auf den Hüftpanzer seiner Rüstung. Ich wünschte, Skirata wäre hier. Was hat er immer gesagt? Stellt das Problem auf den Kopf. Seht es aus der Sicht des Feindes. Etan blickte hoch, inzwischen ein klares Zeichen dafür, dass Genat in der Nähe war. Sie schienen durch eine Art Radar verbunden. Das Golanin schlich in ihr Lager und sah sich um. Damen und Fi spendeten ihr eine Runde stillen Applaus und machten ein Daumen-Hoch-Zeichen. Gute Arbeit, Ma'am, sagte Damen. Erstaunliche Täuschung. Danke, Gentlemen, sagte sie. Hutan ist definitiv nicht in der Villa. Und euer Gerät liegt jetzt in Anki's Weinkiller. Zwischen einem Jahrgang Tahul-Wein von Nabu und einer Kiste mit Thermal-Detonatoren. Wenn ihr wollt, könnt ihr Kenura jetzt einen eigenen Asteroiden-Gürtel verpassen. Das wird ihnen das Wasser in die Augen treiben, freute sich viel. Und uns, wenn wir zu dicht dran sind, sagte Niner. Also was jetzt? Tun, was Skirata uns beigebracht hat. Das Problem umkrempeln. Die Holopläne der Anlage schwebten abermals in der Luft, während die Schwadronen, Eten und Genard darum herum saßen und auf eine Eingebung hofften. Plant ihr eure Operation immer so? fragte Eten. So sollte es eigentlich nicht sein. Erst sammelt man die nötige Info, dann folgt der Plan und dann die Ausführung. Das hier nannte Skirata einen sich selbst ordnenden Schlamassel, wenn das Problem bereits die Lösung eines weiteren Problems beinhaltet. Sie liegt hier vor uns. Wir müssen sie nur finden. Niner machte es weniger aus, zuzugeben, dass es ein Ratespiel war als den anderen. Auf der anderen Seite war es bereits seine zweite echte Mission. Und beide waren sie gleich. Sie hatten nicht gewusst, worauf sie sich einließen, bevor es zu spät war. Nachrichtenversorgung. Es ging nur um verlässliche Info. Drei Dinge sollte man immer Glauben schenken. Dem Wetterbericht, dem Kantinenmenü und der Nachrichtenversorgung. Skirata hatte gesagt, dass sie Soldaten immer zu beschwerten. Niner neigte nicht zu beschweren, aber er war definitiv mit der Situation unzufrieden. Das hier war nicht, worauf Spezialeinheiten am besten vorbereitet waren. Sie hätten selbst die nötigen Informationen einsammeln müssen, das Ziel ausmachen, Luftangriffe anfordern und vielleicht Geiseln oder Daten bergen. Sie hätten sogar Attentate ausführen können. Aber auch noch Artillerie und Infanterie spielen, dazu waren sie nicht geschaffen. Sie brauchten nicht einmal hier zu sein, wenn die Republik Utan nicht lebend gewollt hätte. Die Majestic hätte die Anlage aus dem Orbit ins Ziel genommen und alle wären rechtzeitig zum Abendessen zu Hause gewesen. Niemand hätte seinen Hintern in die Schusslinie halten oder die Tage damit zubringen müssen, 45 Kilopacks durch die Gegend zu schleppen. Ich bin froh, dass ihr das nicht so einfach hinnehmt, sagte Utan. Vieh zuckte mit den Schultern. Wenn man keinen Witz vertragen kann, sollte man nicht beitreten. Ich bin nicht beigetreten. Wenigstens brachen sie alle noch ein Lachen hervor. Es war das erste Mal, dass jemand der Situation Humor abgewinnen konnte, abgesehen von Vieh natürlich. Was machen wir denn normalerweise? meinte Damen plötzlich. Wie gehen wir normalerweise ein Ziel an? Mal ganz einfach. Niner dachte nach. Wir isolieren das Ziel, gehen rein und neutralisieren es. Okay, nehmen wir mal an, dass wir uns nicht hinein kämpfen. Ich komme nicht mit. Normalerweise sollten wir für rasch einen Zutritt sorgen und uns den Weg hinein erkämpfen. Was, wenn wir uns den Weg hinaus erkämpfen? Damen stieß mit dem Finger in das Hologramm. Können wir irgendwie von unten in diesem Raum der Anlage gelangen? Dieser Plan zeigte Abwasserläufe. Aber sie sind zu eng, um einen Mann durchzubekommen. Und das ist wirklich kein Job für Genard. Das Guladin schüttelte sich. Ich habe euch nichts angeboten. Aber wenn es etwas gibt, das ich tun könnte. Du hast bereits genug getan. Damen neigte den Kopf nach links und rechts und studierte die Pläne. Allerdings ist die Hauptleitung an dieser Stelle der zentralen Kammer fast 100 cm breit. Nur an den Wänden verengt sie sich auf 30 cm. Gibt es irgendeinen anderen Weg zu dieser Hauptleitung? Außer direkt an die Außenwand zu gehen und sich unter den Augen der Duiden wie ein Gedan hineingraben. Nein. Genard richtete sich auf. Gedan-Höhlen. Sie graben Tunnels, nicht wahr? Überall. Sie verursachen sogar Absenkungen. Und gibt es hier solche Höhlen? Können wir sie ausfindig machen? Wären sie breit genug? Ja, es gibt hier Höhlen. Schließlich war das mal ein Bauernhof. Und ihr Darns fressen gerne Merlis. Die Tunnels können ganz schön breit sein. Und ich kann sie auf jeden Fall für euch ausfindig machen. Ich werde euch sogar durch die Höhlen führen. Allerdings werdet ihr vielleicht selbst etwas buddeln müssen. Quasi Schützengräben ausheben, sagte Damen. Nur, dass wir nicht die richtige Ausrüstung dazu haben. Also nehmen wir die hier. Er zog eine scharfkantige, faltbare Kelle aus seinem Gürtel. Verschanzungswerkzeug. Auch gut, um nach Wasser zu graben. Passt. Was hat es mit dir und den Gerdans auf sich? Fragte Eten. Warum gehen sie dir und deinem Geruch aus dem Weg? Oh, weil wir sie fressen. Sagte Janat beiläufig. Aber nur, weil sie versuchen, auf unsere Jungen loszugehen. Also, alles klar soweit. Bestätigte Damen. Du bringst mich von unten in diese zentrale Kammer. Und ich arbeite mich durch die Anlage nach draußen. Nimm Etten mit. Er wollte nicht sagen, für den Fall, dass du getötet wirst. Aber er wollte einen weiteren technisch versierten Mann dort drin haben. Um Sprengsätze zu legen und Türen niederzureißen. Vieh und ich nehmen die Anlage von außen unter Beschuss. Und kümmern uns um alle Druiden, die wir sehen. Wenn ihr Utan rausbringt, kann Etten euch helfen, sie fortzubringen. Und ihr jagt das Ganze in die Luft. Dann heißt es, im Galopp zum Abzugspunkt. »Meine Stimme habt ihr«, sagte Etten. »Sitzt ihr auch dafür, Ma'am?« Etten nickte etwas widerwillig. »Wenn das Plan C ist, hört er sich genauso unmöglich an wie Plan A und B.« Sie tätschelte unbedacht Damens Arm, so als wäre sie in Gedanken ganz woanders. »Aber ich habe auch keinen besseren Vorschlag«, sagte Niner. »Dann nimmt jetzt jeder noch einen Aufputscher. Macht euch bereit, bei Einbruch der Nacht aufzubrechen. Wir haben vier Stunden Zeit, die Sache vorzubereiten. Ich benachrichtige die Majestic.« »Was, wenn die Sache schief läuft?«, fragte Etten. »Dann werden sie eine weitere Schwadron schicken.« »Um noch mehr Männer zu verlieren«, sie schüttelte ihren Kopf. »Wenn es nach mir ginge, würde ich der Majestic nur allzu gern den Befehl geben, diese Anlage zu Staub zu blasen. Egal, ob Utan drin ist oder nicht. »Denken Sie, wir werden scheitern?«, Etten lächelte. Es lag etwas Zermürbendes in der Art, wie sie es tat. »Nein, das denke ich nicht. Ihr werdet das schon schaukeln. Glaubt mir.« Niner musste seinen Atem kontrollieren. Sie würden die kleinste Andeutung eines zweifelnden Seufzers bemerken. Es war verrückt, aber wie Skirata immer gesagt hatte. Sie gingen an Orte, zu denen sich sonst niemand wagte und taten Dinge, die nur sie konnten. Und sich den Weg aus dem Herzen einer gepanzerten, schwerbewachten Anlage zu kämpfen, die darauf ausgelegt war, für jede Lebensform undurchdringbar zu sein, entsprach dieser Großspurigkeit voll und ganz. »Ihr werdet das schon schaukeln. Glaubt mir.« Er fragte sich, ob seine Gedanken wirklich die Seinen waren. Wenn Etten seinen Verstand beeinflussen sollte, um sein Selbstvertrauen zu stärken, so hatte er kein Problem damit. Offiziere waren dazu da, einen zu motivieren. Und in diesem Augenblick war es ihm egal, wie sie das anstellte. »Ihr werdet das schon schaukeln.« 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 Untertitelung des ZDF, 2020